So, und jetzt hier, kommt schon So, das kriegen wir Das kriegen wir auch down Das muss doch möglich sein Ne, ist es nicht So, nächsten Einheiten hier So, rauf hier So, wie, in Gefahr So, macht mal das Ding hier kaputt So, gut so Noch ein paar Panzer So, kommt schon Geht durch hier Ja, war so klar Weg hier So, jetzt geht sie aus Das ist gut so So will ich das sehen So, können wir hier bitte So, genau So, da ist das Ding auch gleich hin So, genau Läuft So, weiter hier Weiter hier rein Wir haben einen Krieger verloren Gut so Dann machen wir jetzt das Ding klein Und das definitiv So, weiter hier Wir haben einen Krieger verloren So Das Gatschturm ist gleich weg Unsere Basis ist in Gefahr Was, unsere Basis? Nein Verflucht Hab ich total übersehen So, kommt schon Kommt schon Macht den Overlock platt Fuck off Fuck off Da ist hier irgendwo noch einer Ja Macht halt den Chinesen auch noch platt hier So, hier ran Ist das Ding jetzt hin? Ja, ist hin Ist hin So Hier ist natürlich Polen offen So Okay, okay, okay Ist alles nicht so gegangen Wie ich das wollte Der hat natürlich hier Gut was Reingemacht So So Hier rein So Hör ich gern Was das funzt So Kommt schon Macht kaputt Er bringt natürlich Money So Ich brauch noch ein paar Einheiten hier Natürlich jede Menge Ach Den nicht So Eher Wo ein Oder ne Die mag ich ja nicht so Mach ich die hier So Ich brauch noch einen Arbeiter So Palast Kommandozentrale Die ist hier eingeschlagen Ja War nett Kann man nix sagen So Ein paar Mäderchen Zurücksetzen Hilft ja nicht Hier komm Se durch So Mach mal Tod hier Ah Komm mal doch locker Klar Mit den paar Fußsoldaten Naja Locker Klar Auch nicht Unbedingt Haben wir gut Was wieder in Schutt Und Asche Gelegt So Ist die Kommandozentrale Bald fertig Das gibt's Aber halt Nicht mehr So Hier hin Bitte Um wieder Eine Sicherung Klar Darzustellen So Natürlich Die Luft Sicherung Weil Die ist Natürlich Sehr Wichtig Vor allem Gegen die Amis So Hier kommen Schon wieder Helis Alter Gut Dass wir So viel Kohle Haben Das ist Sehr Schön So Ich muss Hier noch Was Erforschen So Sieht's Aus Dann haben wir Hier bald Alles Erforscht Jetzt kommt Hier schon Wieder So Eine Bombe Ja Ich hab's Versucht Ich hab's Versucht So Dann kommt Hier wieder So ein Bunker Hier Hilft Ja Nicht Der muss Da sein So Wo Stellen wir Den ab Alter Alter Sind das Ein Haufen Leute Noch Nicht Normal Hier Muss Eine Runde Antrags Hin So Sieht's Aus So Hier Hoch Bitte So Können wir Hier wieder Nachscheffeln So Puh Ja Ich dreh Durch So Ran Hier Auf Meter Bitte Oder Zwei So Hoch Hier Jetzt müssen wir Hier natürlich Wieder Konkret Aufbauen Wo Werden die Scheiß Fucking Atombombe Sein So Gut Noch so Ein Ding Hierhin So Gut So Fetzt mal Hier hoch Der hat Das Ding Hier Vermint Ist das Ein Wichser Aha Okay Hier kommt der Nächste Großschlag So wie es Ausseht Von den Chinesen So Kommt ran Hier So 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 Kommt ran So Alter Wenn sie Kommen Wenn sie kommen Richtig Oder Was So Weiter Her Hier Naja Hilft mir Nicht so viel Grad Alles So Die Helis Können wir Immer noch Zuverlässig Und schnell Runter Holen Hier So Scudsturm Wär soweit Das gibt's Nicht Ich muss die Amis erstmal Ausräuchern Hier Aber das kann ich Einfach Grad Nicht Das kann ich Nicht wegen Den Chinesen Alter Ich Dreh Hier Durch So Hoch Hier Alles Gut Aufstellen Alter 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 Ist er fast Zum Haare Raufen Hier So Ich Bräuchte Noch Ein Bauarbeiter Alter Ihr Habt Keine Arbeit Mehr So Baume Noch Ein Schwarzmarkt Ach Baume Zwei Gleich Um Einfach Das Geld Aufrecht Zuerhalten Was Wir Hier Haben Weil Mit Geld Können Wir Hier Natürlich Viel Anrichten Hoffe Ich Jetzt Mal So Natürlich Kriegen Wir Durch jede Gefallene Einheit Von den Gegnern Auch noch Geld So Kommt ran Hier So Kommt Schon Ah Fuck Dann schießen Sie immer wieder Einen Panzer Nach dem Anderen Ab Kommt Schon Sind Alle Da Noch Nicht Ganz Alter Fuck Komm Mach Mach Den Panzer Platt So Geht Doch Was Kommt Hier So Gut Hier Ist Nicht Viel So Jetzt Muss Ich Hier In Die Basis Einrücken Weil Sonst Ist Hier Bald Polen Offen Jetzt kommt schon So Kommt schon Hier noch ein paar Einheiten So Nachschublager noch Zerstören So Ran Hier So Macht sie tot So Kommt Schon Die Amis Kriegen wir jetzt Down Das hilft Nicht Hilft Sich Alles Nichts So Kommt Schon Erstmal Das Nachschublager Zerstören So Und Natürlich Hier Nicht Vergessen Einheiten Nach Zu Produzieren Weil Sonst Stehen wir Hier Gleich Wieder Ohne Verteidigung Da So Kommt Schon Kaserne Noch Zerlegen So Ich hoffe Wir können Wir Bald Noch Die Ding Aus Machen So Was Kommt Denn Hier Schon Wieder So Macht Den Auch Kaputt Immer Der Drei Fronten Krieg Zugleich Das ist ja Richtig Ekelhaft So Kommt Schon Mach Den Auch Noch Kaputt Ne 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 Wartet Hier Für Ruhm Und Ehre So Ah Ne 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 Ah Fuck So 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 Noch Ein paar Buggy's Hier So Gut Hörst du Auf Hier Irgendwas Zu Bauen So Du Nimmst Jetzt Das Ding Ein Alter Das Gibt's Doch Nicht Bauen Hier Gleich Wieder einen Flughafen Alter Willst du Mich Jetzt Nerven So Kommt Schon Das Gibt's Ja Bald Nicht Mehr Ist ja Richtig Ekelhaft Hier Den Muss ich Ja Wirklich Jedes Einzelne Geldstück Hier Raustreiben Dass der Endlich Mal Produzieren Aufhört So Scud Sturm Wo Feuer Ich Hin Ah Fuck So Ist gut So Den Overload Ist hin So Und dir Mache Jetzt Den Gar Aus Ja War Klar War Klar So Die Ist Eingeschlagen Da Drüben Gut Da Hinten Interessiert Es Mich Nicht Ch D D